Ab dem Moment hat Gott angefangen, mit Abraham detailliert über seine Zukunft zu sprechen. Es war zu diesem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, jetzt Abraham, geh und schau, so weit wie deine Augen sehen können. Es ist nicht interessant, dass Gott nicht gesagt hat, siehst du den Stein dahinten, diesen Baum? Geh nicht weiter als das. Nein. Er sagt, Abraham, schau, so weit wie du schauen kannst. Weißt du, was er wollte, dass Abraham tut? Er wollte, dass Abraham mit ihm träumen.